und da sind wir schon wieder in den Brüder und ich glaube wir begegnen bei unserem Buch die Mungen dieser Raum die Siege die Moos Kreatur und 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 was war das ähm achte da bin ich drin oh mein gottes ist du tot ich nehme jetzt jedenfalls mit mir die pack naja klar dass da noch einer kommt okay also in dieses zeug nicht reinlaufen tot und der nächste ich glaube das sind die so viele diese hässliche mooskacke hier bin ich sicher jetzt die leser schalten und und wird kommt jetzt der letzte nein das glaube ich nicht denn da gibt es nur einen groß ja wir wissen wir wissen dann wie das funktioniert ach das ist ein eier das der schießt jetzt weiß ich wo die kleinen herkunft hustt 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 wo kommt das zeug hier ok dann stehe ich hier hin da bin ich ganz sicher dann stehe ich mich gleich hier hin warte bis es ein laser chargert und lauf und jetzt wird er das schmetzelt tot und ich glaube jetzt kommt der große papa ja mhm bumm und rücken ich habe rückenschmerzen komm ich traue doch nicht drauf das ist doch mein wurm der gerade einen mann frisst und der schreit und der wurm lacht ha 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 das ist so der erste richtige gegen den mann fight muss oh oh stehe doch mal hier drauf äh die weise kennen einen moment ich mache es und weiter geht's sorry ich muss nur kurz weg aber es geht gleich spannend weiter mit dem großen wum au tausende ich mache es auch so ein schiller schießen damn jetzt weiß ich wieso moos kräger tut man get that und laufig schbrucke hartze ja rotzlos nein oja oja jetzt habe ich gerade ziemlich in dem geschissen Ah! Flau fahr! Jetzt haben wir dieses Mooszeug verdammt! Wo ist nichts hier? Aufwacht doch! Jetzt chargern wir mit dem Laser und Feier! Nicht da! Stark! Wann hält der Finger? Oh, 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 oh! Erleben! Oh, hier, ah! Und Laser! Und Rennack. Das im Prinzip kennen wir. Macht nichts Neues. Ich denke, das wird jetzt gleich tot sein dürfen. Wenn wir es nicht langweilig... Oh ja. Und was sage ich? Oh, 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 oh. Das letzte Aufbäumen. Das war die Selbstexplosion. Ach, der lebt doch noch. Das sieht man doch. Oh, wie er... ...meisterisch... ...den Raum verlässt. Goodbye, my friend, my little lover. Aber ich... ...bin fertig. Har... ...mit dieser Mission. Okay. Ja, netter Endgegner. Muss schon sagen. Dass es endlich mal der Erste war. Ja, natürlich weiter... ...speichern. Möchte es wirklich denn, ja, möchte ich. Wieso auch nicht? Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Das ist eine Art von der Erste. Wir sind aus der Erste. Wir sind aus der Erste. Die Planeten ist bereits aufgerüstert. Die Planeten ist bereits aufgerüstert. Die Erde ist schneller als erwartet. Was ist deine Position? Die Kabel in der Kabel. Es ist klar. Konrad? Was ist falsch? Nichts. Die Systeme sind in der Kabel? Wir wissen. Chief Engineer. Konrad. Was ist passiert? Konrad? Sie sind da? Was ist passiert? Ich kenne dich zurück. Disconnect. Ja, Disconnect. Genau. Und, äh... Ach, wir haben's schon durchgespielt. Okay. Wir haben's tatsächlich schon durchgespielt. Ich glaub's nicht. Also, ich hätte mir mehr Boss erwartet. Dass das jetzt der einzige richtige Boss war. Der davor, der dieser komische Alien-Charger... Nein, das war ja kein Charger. Das war einfach so ein großer Jäger. Von dem er einfach weglaufen musste. Das war ja wirklich sehr einfach gestaltet. Aber der... Okay, der hat jetzt schon Spaß gemacht. Aber... Das war jetzt der einzigste Endgegner. Hm. Naja. Jetzt sind wir mit Alien Breed Imped fertig. Schönisch? Ja. Wunderschön. Wunderschön ist das. Naja. Also, wie ich's mir jetzt vorgestellt hab. Ich denke, ich werd jetzt erstmal The Ball weiterspielen. Weil ich glaub, das krieg ich schneller fertig als Terranigma. Weil das ist, glaub ich, ein bisschen länger. So als RPG. Und... The Ball... Hab ich jetzt mehr Lust drauf irgendwie so... Ja, irgendwie Rätsel zu lösen. Und ja, okay, da gibt's ein Terranigma genug. Sehr viele. Genau. Und... Dann werd ich auch mich dann... Nachdem ich The Ball durch hab. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber ich glaub, das wird auch nicht mehr sehr lange dauern. Dann werd ich auch dann die... Zweite... Episode von Alien Breed machen. Das heißt dann, glaub ich, Alien Breed Impact Assault und nicht Damnation Widerstand. Das... Haben die nicht gut eingeplant. Ja. Genau. Und damit... Verabschiede ich mich aus dieser schönen Runde. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Bis denn zum nächsten Projekt.